Auf einer Bank im Mai Wie der Frühling ist, kommt ein neues Paar, das dann weiter küsst. So hat die Bank im Mai nur immer Platz für zwei und wird erst wieder frei im nächsten Mai. Auf einer Bank im Mai ist immer Platz für zwei. Auf einer Bank im Mai, da küssen sich die zwei. Und wenn übers Jahr wieder Frühling ist, kommt ein neues Paar, das dann weiter küsst. Auf einer Bank im Mai ist immer Platz für zwei. Die anderen gehen vorbei und schauen nicht hin. Denn auf der Bank im Mai, da küssen sich die zwei. Und haben allerlei wohl noch im Sinn. Und wenn übers Jahr wieder Frühling ist, kommt ein neues Paar, das dann weiter küsst. So hat die Bank im Mai nur immer Platz für zwei und wird erst wieder frei im nächsten Mai.